Es begann wie ein normaler Abend, ein ganz gewöhnliches Interview, doch als Florian Silbereisen und Beatrice Egli vor die Kameras traten, lag eine spürbare Anspannung in der Luft. Die beiden Schlagerstars, die seit Jahren als das Traumpaar der deutschen Musikszene galten, hatten stets betont, dass sie nur Freunde und Kollegen seien. Doch irgendetwas war an diesem Abend anders. Ihre Blicke, die zurückhaltenden Berührungen es wirkte, als wollten sie etwas verbergen. Etwas, das endlich an die Oberfläche kommen wollte. Schon seit Wochen gab es Gerüchte, dass zwischen Florian und Beatrice mehr war als nur eine enge Freundschaft. Die Fans warteten sehnsüchtig auf eine Bestätigung, doch beide hatten sich bisher nicht dazu geäußert. Bis jetzt. Heute wird etwas passieren, flüsterte ein Zuschauer hinter der Bühne. Ich spüre es. Als das Interview begann, war die Spannung fast unerträglich. Florian und Beatrice beantworteten die üblichen Fragen über ihre Karriere, ihre Tourneen, ihre neuen Projekte, aber die Atmosphäre war geladen. Schließlich konnte der Moderator die Frage nicht länger zurückhalten. Es gibt schon seit langer Zeit Gerüchte über ihre Beziehung, sagte er, die Augen fest auf Florian gerichtet. Sind sie bereit, endlich die Wahrheit zu sagen? Florian hielt inne. Für einen Moment schien es, als würde er die Frage einfach ignorieren. Doch dann geschah etwas Unerwartetes. Er lächelte und sagte leise, fast unmerklich. Ja, es ist Zeit. Das Publikum verstummte. Beatrice, die neben ihm saß, lächelte sanft und griff nach seiner Hand. Es stimmt, sagte sie schließlich. Wir sind zusammen. Diese Worte, so einfach und doch so gewichtig, hingen für einen Moment in der Luft. Der Saal war still, und dann brach ein tosender Applaus aus. Die Fans hatten es immer vermutet, aber nun war es endlich offiziell. Florian Silbereisen und Beatrice Egli waren ein Paar. Doch die Art und Weise, wie sie es verkündeten, war unerwartet ruhig, fast schüchtern. Wir wollten uns Zeit lassen, erklärte Florian. Wir wollten sicher sein, dass es der richtige Moment ist. Beatrice fügte hinzu, es war uns wichtig, dass wir uns erst einmal ganz auf uns konzentrieren, ohne den Druck der Öffentlichkeit. Die beiden sprachen offen über ihre Liebe, aber es war klar, dass es für sie mehr war als nur eine Show. Ihre Zuneigung zueinander war echt, tief und bedeutsam. Doch der Twist, der den Abend wirklich besonders machte, kam erst später. Nachdem die beiden ihre Beziehung bestätigt hatten, fragte der Moderator, warum haben sie so lange gewartet? Florian lachte und sah Beatrice an. Weil wir wussten, dass der richtige Moment kommen würde. Und der ist jetzt. Beatrice nickte und erklärte, wir wollten keine Geheimnisse mehr haben, aber wir wollten es auf unsere Weise tun. Dann kam die unerwartete Wendung. Aber das ist nicht alles, sagte Florian mit einem verschmitzten Lächeln. Es gibt noch etwas, das wir mit euch teilen möchten. Das Publikum hielt den Atem an. Was kam jetzt? Beatrice, die plötzlich ein wenig nervös wirkte, sah Florian an, bevor sie weitersprach. Es gibt einen Grund, warum wir uns entschieden haben, es jetzt zu sagen. Wir erwarten ein Kind. Die Reaktion des Publikums war überwältigend. Ein erneuter Applaus brach aus, begleitet von Schreien der Freude und Überraschung. Niemand hatte damit gerechnet, dass diese Liebesbekundung so enden würde. Florian und Beatrice, die das Publikum mit ihrer Musik und ihren Auftritten seit Jahren begeistert hatten, würden nun auch Eltern werden. Es war eine schwere Entscheidung, das öffentlich zu machen, erklärte Beatrice nach der großen Enthüllung. Aber wir wollten, dass ihr es von uns erfahrt und nicht durch irgendwelche Gerüchte. Florian fügte hinzu, wir freuen uns riesig auf das, was kommt, und wir wissen, dass es eine aufregende Zeit wird. Nach diesem unerwarteten Ende des Interviews waren die Fans überwältigt. Viele hatten mit einer einfachen Bestätigung ihrer Beziehung gerechnet, aber niemand hatte erwartet, dass das Paar auch noch Nachwuchs ankündigen würde. Ich kann es nicht fassen, schrieb ein Firma auf Twitter. Erst bestätigen sie ihre Liebe und dann das. Die Nachricht verbreitete sich in Windeseile. In den sozialen Medien überschlugen sich die Reaktionen. Florian und Beatrice, das perfekte Paar, schrieb ein anderer Fun. Ich freue mich so für die beiden. Doch was diesen Moment so besonders machte, war nicht nur die Bestätigung ihrer Beziehung oder die überraschend Ankündigung. Es war die Art und Weise, wie Florian und Beatrice es taten, ruhig, ehrlich und ohne großes Drama. Sie hatten ihre Liebe jahrelang geschützt und nun, als sie bereit waren, sie mit der Welt zu teilen, taten sie es auf die natürlichste Weise. Florian und Beatrice verabschiedeten sich nach dem Interview, aber nicht ohne noch eine letzte Nachricht an ihre Fans zu richten. Danke, dass ihr uns all die Jahre unterstützt habt, sagte Florian. Wir sind froh, dass wir euch endlich sagen können, was ihr immer schon vermutet habt. Beatrice fügte hinzu, es fühlt sich gut an, endlich offen darüber zu sprechen. Wir lieben uns und das ist alles, was zählt. Der Abend endete mit einer Welle von Glückwünschen, sowohl von den Fans als auch von den Medien. Florian Silbereisen und Beatrice Egli hatten nicht nur ihre Beziehung bestätigt, sondern auch gezeigt, dass echte Liebe keine Geheimnisse braucht, nur den richtigen Moment und geteilt zu werden. Ich fühlte mal alles auf dich, in der Fall von Glückwünschen類 2019. Vielen Dank.